Wer und Uwe Sehler tritt nach? Wer und Uwe Sehler tritt nach? 3 zu 2 für Hamptiger Nord. Gegen den Europapokal, die neue Dimension des Fußes. Ein begeisternder HSV fegte in der ersten Runde die Young Boys Bern vom Platz. Dann gab es gegen den FC Burnley in einer fürchterlichen Schlammschlacht ein ernüchterter...